Es hat sich einen Verkehrsunfall zugetragen, hier auf der K94. Unten hinter mir in der Linkskurve sind zwei Fahrzeuge relativ frontal kollidiert. In dem gelben Nissan Lexus ist eine Person ins Leben gekommen. Im BMW sind zwei Personen verletzt. Diese sind vom DRK gerettet und versorgt worden und sind bereits in Krankenhäusern verbracht worden. Wie sich der Verkehrsunfall zugetragen hat, kann ich jetzt nicht äußern. Die Polizei ist dabei, die Spuren zu sichern. Die Staatsanwaltschaft ist informiert und die hat für die Ermittlungen einen Gutachter bestellt. Der Gutachter kommt jetzt von Koblenz raus und wird versuchen, weitere Spuren zu sichern und den Unfallhergang zu rekonstruieren. Untertitelung des ZDFs Untertitelung des ZDF, 2020